Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem Kanal zurück. Ich habe etwas Unglaubliches gesehen und habe geweint und habe mich gefreut und alles gleichzeitig. Und vielleicht habt ihr es in diesen ganzen Trailern, die es davon gibt, auf Twitter und so auch schon gesehen. Und nein, das was ihr jetzt seht ist nicht Call of Duty, das was ihr jetzt seht ist Fortnite. Und die Entwickler von Epic Games haben, also es ist unglaublich, guckt es euch an. Ich habe das Wort, roll in, everybody. Landshark, deal with that helicopter. Fortnite und Epic Games machen eigentlich das, was wir seit Jahren von Activision und Call of Duty erwarten und was so viel Sinn machen würde. Sie entwickeln ihr Game weiter und was ihr gesehen habt, sieht so krass aus und es gibt auf Twitter, ich zeige es euch jetzt nicht, weil die Qualität auf Twitter-Videos immer so scheiße ist, ihr könnt es aber überall sehen, jeder Warzone-Streamer spricht darüber, es gibt einen Map-Editor basierend auf der Unreal-Engine von Fortnite, so dass jeder, der Lust hat, für Fortnite eine Map kreieren kann mit verschiedenen Modi auf dieser Map. Das heißt, ihr seid auch in Zukunft nicht mehr irgendwie darauf festgefahren, dass ihr irgendwie in Fortnite nur Battle Royale spielen könnt, sondern, was da jemand gemacht hat, er hat einfach Rust, also unsere Modern Warfare-Karte Rust, in Fortnite eingefügt und in Fortnite den Modus Herrschaft und die haben einfach, Courage war das, den kennt ihr ja wahrscheinlich aus den USA, die haben einfach mit der Fortnite-Engine Call of Duty gespielt, auf einer Call of Duty-Map mit einem Call of Duty-Modus. Und es sieht unfassbar gut aus und jeder kann mit diesem Worldbuilder eigene Karten machen, eigene Maps. Ihr könntet einfach MW2 neu machen, ihr könntet MW2 3.0 machen mit einer besseren Engine als das, was wir haben und jeder Spieler kriegt Zugang dazu, also jeder. Das ist etwas, was ich mich seit Jahren frage, warum man bei Activision so behindert ist, wirklich so behindert. Denn erklärt mir eins, es kann ja sein, dass in den Entwicklerstudios keine qualifizierten Mitarbeiter mehr arbeiten. Das mag ja sein. Vielleicht sind die mit den Jahren ausgetauscht worden und die guten Äpfel leuchten jetzt rot woanders und die vergammelten Äpfel sitzen jetzt bei Infinity Ward und Sledgehammer und Treyarch und sonst was. Aber warum nimmst du denn nicht als Unternehmen die Möglichkeit, dass du passionierte Fans hast, was wir sind. Wir spielen seit 5, 6, 10, 15 Jahren und gibst denen ein Tool an die Hand, was wirklich wenig Entwicklungszeit für dich als Publisher ist und sagst denen, ey Leute, macht doch mal eure eigenen Karten. Wie soll eure Multiplayer-Karte aussehen? Wie soll eure Battle Royale-Karte aussehen? Es gibt so viele kreative Köpfe in so einer riesen Community und diese Leute könnten alle so ein gutes Produkt herstellen. Activision bräuchte nichts tun. Sie bräuchten nichts tun, außer einem den Editor zur Verfügung zu stellen und dann einfach sagen, reicht eure besten Vorschläge ein und dann lasst ihr über Instagram, Twitter, YouTube-Kommentare, über diese E-Mails, die Activision verschickt, auf Twitter, einfach die Community entscheiden, was sind die geilsten Maps und nimmst du diese Maps einfach, nimmst eine Map pro Season und wirfst sie rein. Du hast keine Entwicklungszeit, du brauchst nichts tun. Du lässt andere deine Arbeit machen, die dafür nicht bezahlt werden und die froh sind, dass sie deine Arbeit machen dürfen. Und ich kapiere nicht, warum sie dazu nicht in der Lage sind. Und wenn wir an dem Punkt sind, wo Epic Games eine Call-of-Duty-Karte besser macht als Activision, ein Call-of-Duty-Modus besser macht als Activision, dass Gunplay sich in Fortnite besser anfühlt als bei Activision, dann ist es für mich nicht mehr verständlich, warum diese Franchise überhaupt noch besteht. Und ich weiß, dass viele gesagt haben, ja mal wird dieses Game für die Gruppe sein und mal für die und dann gab es ja die, die gesagt haben, oh, wenn es euch nicht gefällt, dann müsst ihr halt woanders hingehen. Abgesehen davon, dass Call-of-Duty noch nie irgendwie ein realer Shooter sein sollte und es auch einfach nicht ist, dann müsst ihr was anderes spielen. Außerdem, es gibt nicht wirklich viele reale Shooter, um ehrlich zu sein. Es ist ja letzten Endes so, dass die Leute abgehauen sind. Es sind keine Spieler mehr da, es sind keine Zuschauer mehr da. Die Streamer, die sonst Warzone spielen, spielen mittlerweile MB2-Rank irgendwie verzweifelt. Es ist absolut krank. Was auch krank ist, dass, ganz kurze Werbung, Leute, Holi hat einen neuen Geschmack rausgebracht, der am 29.03. in den Shop kommt. Es ist Passionsfrucht, es ist Mango, es ist Ananas. Und das Ganze habt ihr wieder in zwei verschiedenen Varianten. Das eine ist das Tropische mit Energy drin. Das heißt, ihr habt keinen Schwachsinn wie Taurin oder Zucker, aber trotzdem euren Kick, den ihr haben wollt. Die zweite Option, ich habe den mal hier umhingestellt, ist wieder, und das kennt ihr, das ist ja mittlerweile mein täglicher Begleiter, ganz normal auf Schwarztee-Basis das Ganze. Das bedeutet, kein Zucker, kein Koffein, kein gar nichts. Ihr könnt literweise am Tag davon trinken und es ist gesund. Es ist gesund und das ist das Krasseste daran. Ab 29.03. habt ihr das im Shop. Ihr könnt meinen Code Schäppi natürlich nehmen für 10% Rabatt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr jetzt das allererste Mal bestellt und sagt, ja, Schäppi, da hast du echt, Gott sei Dank, eine richtig gute Entscheidung getroffen. Ich will zum ersten Mal probieren. Könnt ihr auch Schäppi 5 nehmen. Ihr kriegt nämlich 5 Euro einmalig Rabatt. Glaubt mir, Leute, es lohnt sich. Ich habe ihn hier, ich habe ihn eben gerade bekommen. Das heißt, vielen Dank an die Jungs von Holi. Und ich sage euch eins, es riecht tropisch, es schmeckt tropisch. Ich finde es persönlich sehr geil. Sehr fruchtig. Vielen Dank für Ihre Unterstützung, Leute. Es ist immer sehr, sehr cool, dass ihr auch so auf Holi steht, weil es ist wirklich jemand, der alles ohne Zucker macht, ist schon krass. Krass ist allerdings auch, dass Activision einfach von Epic Games und von eigentlich allen Spieleentwicklern, die wir mittlerweile haben, jeden Tag aufs neue Hops genommen wird. Selbst jetzt, wo Modern Warfare 2 und Warzone 2 ist ja sowieso gratis. Ihr müsst euch vorstellen, jeder Mensch auf der Welt mit einer Xbox, mit einem Controller, mit einer Playstation, mit einem PC konnte die letzte Woche Modern Warfare 2 umsonst spielen und Warzone 2 umsonst spielen. Und sie haben es trotzdem nicht hingekriegt, weil diese Games so derartig schlecht sind. Langweilig und schlecht und verbuggt und... Dass sie nicht über 140.000 Spiele gleichzeitig auf Steam gekommen sind. Das hat nur ausgereicht für Platz 9. Games wie Rust, GTA 5, Goose, Goose, Duck, was auch immer das ist, waren vor, MB2, DMZ, Warzone 2, alles, was dazugehört. Und wenn ich mir diese Maps angucke, die sie in Fortnite da kreieren, mit dieser Engine und jeder hat Zugriff drauf und alles, jeder kann seiner Kreativität freien Lauf lassen, dann frage ich mich wirklich, wann sind wir mit dieser Franchise, die ich immer noch lieben möchte, aber ich tue es halt jetzt nicht mehr, wann sind wir da falsch abgebogen? Und das ist auch eine Frage an euch, weil man kann ja noch damit argumentieren, dass SBMM vielleicht für viele von uns scheiße ist, aber für den Casual Gamer, der jetzt irgendwie auch YouTube nicht guckt, Twitch nicht guckt, was ja die meisten sind, wie der, dass man da sagen kann, okay, der Casual Gamer kauft es trotzdem und bezahlt die Skins und alles. Aber es ist, wenn ihr euch den Shop anguckt und die Spieler zahlen, es gibt nicht mal mehr den Casual Gamer, weil dieses Game null Grund bietet, es überhaupt anzufassen. Es gibt nichts, auf das man spielen kann. Es gibt nichts, was neu ist. Es gibt nichts, was unterhaltsam ist. Und selbst die Sachen, die Call of Duty früher ausgemacht hat, sind scheiße. Und die kleinen Sachen, die Call of Duty ausgemacht hat, sind scheiße. Und die Sachen, in denen Activision und Call of Duty eigentlich hätten arbeiten können, um es zu verbessern aus vergangenen Zeiten, wo sie Erfahrungen gesammelt haben, ist scheiße. Wir haben keinen Theatermodus, das ist scheiße. Wir haben keinen Wordbuilder, das ist scheiße. Ich verstehe nicht, an welchem Punkt diese Franchise abgebogen ist und an welchem Punkt wir alle irgendwie jetzt mittlerweile noch Hoffnung holen sollen. Und wenn ich das bei Fortnite sehe, es ist so krass. Also ich kann es euch nur empfehlen, Leute. Epic Games, Fortnite, die machen echt einen verdammt guten Job seit sehr vielen Jahren. Kann sein, dass es da auch Probleme oder sowas gibt, aber wenn man euch das vergleicht mit dem, was wir geliefert bekommen, drei verschiedene Welten. Lasst mich gerne eure Meinung dazu hören. Ob ihr auch so eine Map bauen würdet in Call of Duty. Ey, ich würde mich hier acht Stunden am Tag ransetzen für so eine richtig geile Close-Quarter-Map. Jetzt irgendwie so in einer Art Dust oder Strike Zone aus Ghost vielleicht. Oder keine Ahnung. Es gibt so viele geile Maps, die wir optimieren könnten. Aber wir kriegen die Optionen leider nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Lasst ein Like da und lasst ein Abo da. Ich bin raus. Haut rein.